Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast im neuen Jahr. Wie immer aus dem Klinikum für das Klinikum mit Dr. Manfred Wagner und mir Carmen Brückner aus der Unternehmenskommunikation und natürlich mit Corona-Themen, aber nicht nur mit Corona-Themen. Ja Manfred, wollen wir beginnen mit unserer aktuellen Corona-Omikron-Lage bei uns? Ja genau, erstmal herzlichen Willkommen auch von mir. Wie ist die Lage? Die letzten Wochen war ja eher ein bisschen entspannt an der Corona-Front, aber insgesamt natürlich nicht entspannt, weil wir schon viele andere Patienten hatten. Jetzt in dieser Woche hat sich die Zahl gerade auf der Normalstation doch deutlich nach oben entwickelt. Am Anfang der Woche hat man noch zwölf Patienten auf den Normalstationen. Inzwischen sind es 25, also eine Verdoppelung jetzt innerhalb von drei Tagen. Auf der Intensivstation haben wir gerade drei Patienten liegen, zwei noch aus der Delta-Welle und eine Patientin mit Omikron, die aber nicht wegen der Corona-Infektion oben ist, sondern wegen einer anderen Erkrankung. Also wir gehen eigentlich im Moment davon aus, dass Omikron für die Intensivstation mutmaßlich gar nicht mehr so die Rolle spielen wird. Hoffen wir es mal, dass es so bleibt, aber dass wir gerade bei den hohen Inzidenzzahlen draußen im Normalstationsbereich schon noch Anstiege haben werden. Deswegen werden wir jetzt auch heute im Krisenstab noch beschließen, wie wir mit einer weiteren Corona-Ausweitung vorgehen. Wir haben bislang jetzt nur die 08 in Betrieb, werden dann wahrscheinlich als nächstes die Station 11 in Betrieb nehmen, dafür aber wieder auf anderen Stationen natürlich Betten reduzieren müssen. Und ein weiteres großes Thema ist natürlich, dass wir auch Personalausfälle haben aufgrund von Corona-Infektionen, aufgrund von Quarantänisierungen, entweder von Mitarbeitern oder natürlich auch deren Kinder und auch Krankheitsausfälle mit anderen Erkrankungen. Also im Moment ist die Bettdecke mal wieder überall zu kurz und wo man dran zieht, wird woanders wieder was aufgedeckt. Und das ist im Moment so die Lage und wir versuchen uns jetzt da durchzulavieren in irgendeiner Form. Man geht im Moment ja davon aus, dass wir wahrscheinlich so Mitte Februar, Mitte, Ende Februar so den Hochpunkt dieser Welle erreichen und hoffen alle, dass wir dann danach mal wieder in etwas normalere Zeiten kommen. Ein anderes wichtiges und auch großes Thema ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ja verständlicherweise, weil einfach viele Dinge noch so unklar sind, also wirklich zu Verunsicherung geführt hat. Wir hatten da ja schon eine ausführliche Internetmeldung und gestern unser angekündigtes Online-Meeting dazu. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Genau. Jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht zu lang werde dafür, weil also wer da jetzt wirklich spezifischere Infos will, der kann das wirklich im Intranet nochmal nachlesen. Mir war es wichtig, dass wir wirklich auch bei diesem Thema im Gespräch bleiben mit allen Mitarbeitenden. Wir haben immer das Interesse, alle unsere Mitarbeiter an uns zu binden und bei uns zu halten. Vielleicht mal ganz kurz abgekürzt. Also wir werden als Haus jetzt proaktiv gar nichts unternehmen, außer das, wozu wir verpflichtet sind, nämlich ab dem 16.03. alle ungeimpften Mitarbeiter und die auch keinen Genesenen-Status haben, an das Gesundheitsamt zu melden. Was das Gesundheitsamt dann damit macht, liegt nicht in unserer Macht, sondern die werden dann wahrscheinlich oder die müssen dann erstmal mit den Mitarbeitenden in Kontakt treten und dann könnten die im schlimmsten Fall ein Betretungsverbot aussprechen, sodass wir dann die Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen könnten. Das Ganze ist aber politisch noch heiß in der Diskussion und ich gehe jetzt mal davon aus, dass vor Mitte April diese vier Wochenfrist vom Gesundheitsamt damit einbezogen, erstmal gar nichts passiert. Das heißt, auch alle ungeimpften Mitarbeiter können erstmal, solange weiterarbeiten, auch in Dienstpläne eingeteilt werden und wir müssen mal abwarten. Bei der Masernimpfpflicht war es ja zum Beispiel so, dass die Politik dann entschieden hat, dass zwar die Masernimpfpflicht gilt für Bestandsmitarbeiter, aber die Nachweispflicht nochmal nach hinten verschoben wird. Vielleicht ist es auch da so, das müssen wir einfach abwarten. Eins ist völlig klar, für alle neuen Mitarbeiter und es ist auch analog zur Masernimpfpflicht, wird so sein. Jemand, der nicht geimpft ist, den dürfen wir erst gar nicht einstellen, also da ist es nochmal was anderes. Ansonsten ist es mir nochmal wichtig, Ihnen zu sagen, wenn Sie bislang noch nicht geimpft sind und noch Ängste, Fragen, Wünsche haben, sich dann bitte wirklich proaktiv an uns zu wenden. Der Professor Dormann, ich und auch andere Ärzte stehen zur Verfügung, da Fragen zu beantworten und unsere Personalabteilung steht für diese ganzen arbeitsrechtlichen Fragen natürlich auch als Ansprechpartner zur Verfügung. Nochmal ein Thema aus dem Personalbereich, unsere Helferaktion. Wir haben ja Ende des letzten Jahres zusammen mit der Stadt Fürth und auch mit dem Landkreis Fürth aufgerufen und nach Helfern gesucht, eben auch um uns auf eventuell drastischere Personalausfälle vorzubereiten. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Genau, also jetzt im ersten Aufschlag haben sich 23 Helfer gemeldet und die haben wir dann Anfang Januar je nach Vorkenntnissen geschult und die sind jetzt auch schon seit inzwischen knapp drei Wochen im Einsatz, im Transport oder für Servicetätigkeiten oder auch in der Geriatrie für die Beschäftigung der Patienten. Diese Woche haben wir nochmal sechs Helfer geschult und insgesamt können wir die im Moment alle einsetzen, um vor allem unsere Pflegekräfte zu entlasten. Wir sind also nicht dabei, dass wir jetzt dadurch irgendwie Teams bilden, wo es dann weniger Pflegekräfte und dafür Helfer gibt und wir deswegen dann mehr Patienten versorgen. Aber es ist ja auch die Idee, sollte es nochmal extrem schlimmer werden mit Corona, dass wir dann auch mehr flexibel agieren können und da kann uns sicher jede Hand helfen. An der Stelle schon mal mein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich da gemeldet haben. Ich finde das wirklich ein großes Engagement und das zeigt, wie groß auch die Solidarität der Bevölkerung mit uns als Krankenhaus ist und dafür wirklich mein ganz herzliches Dankeschön und hoffen wir mal, dass wir auch da bald in die Situation kommen, dass wir sagen können, dass Corona so weit abflaut, dass wir das nicht mehr brauchen. Dann kommen wir schon zu unserem letzten Thema, Stichwort Nachhaltigkeit. Wir haben ja da auch eine Projektgruppe und es ist jetzt künftig möglich, dass wir Essen aus unserer Kantine mit eigenen Behältern holen können, um den Müll zu reduzieren. Genau, das ist deswegen nicht nur das letzte Thema, sondern für mich auch die positive Geschichte, weil das möchte ich auch im neuen Jahr nicht aufgeben. Also ich denke, und das wird vielen unserer Mitarbeitenden so gehen, dass uns das schon wehgetan hat, diese ganzen Behältnisse und dieser Verpackungsmülder, der ja entstanden ist und der durch Corona natürlich sich jetzt nochmal potenziert hat. Und das war mir wirklich immer ein Dorn im Auge, weil im Sinne von Nachhaltigkeit und wirklich Schonung unserer Ressourcen und einem Planeten hier zu hinterlassen, der lebenswert auch für unsere Kinder und Enkel ist, war mir das schon ein Dorn im Auge. Und ich freue mich wirklich, dass das jetzt durch unser Team in der Küche so umgesetzt wurde. Wichtig ist, die mitgebrachten Behälter müssen sauber und intakt sein. Dann der Deckel der mitgebrachten Behälter ist vom Gast selbst zu entfernen und wird dann auf ein dafür gekennzeichnetes Tablett an der Essensausgabe gestellt. Toll finde ich auch, dass inzwischen unser To-Go-Besteck nicht mehr aus Plastik ist, sondern aus recycelbaren Alternativen. Und finde ich, damit leisten auch wir jetzt einen Beitrag. Und es soll in der Cafeteria auch zukünftig, wenn man keine eigenen Behälter mitbringt, auf recycelbare Bambusverpackungen umgestellt werden, sobald die Altbestände aufgebraucht sind. Und ich finde, das ist schon auch ein wichtiges Zeichen, dass wir uns da positionieren und uns verantwortungsvoll verhalten. Und in diesem Sinne wärst du es schon wieder. Richtig, wir hören uns das nächste Mal spätestens Ende Februar, es sei denn, die Lage macht es vorher erforderlich. Genau, hoffen wir mal nicht. In diesem Sinne einen guten Start nochmal für alle ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Euer Podcast-Team vom Klinikum Fürth. Tschüss.